Ihr zwei Süßen, die Tika, ich muss erst mal alles abschnüffeln. Die hat sich so toll entwickelt. Die läuft sogar bald süß, wenn ich es esse. Ja, na jetzt darfst du erst mal schon hochziehen. Süß. Helle Schätze. Mega. Die will sich immer relativ schnell lösen und dann muss ich sie immer wieder wegziehen, weil... Ja, sonst habe ich mit meinen Nachbarn irgendwann... Auch wir haben Nachbarn. Und wir laufen noch ein Stückchen, ja. Genau. Jetzt ist gut. Pferdekoppel vorbei. Jetzt darfst du. Jetzt. Jawohl, genau.